Die DRV News vom 21. Juni 2024. CDU will Cannabis-Gesetz abschaffen. Anbauvereine ab 1. Juli in Betrieb. Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, Hawaii Medical und Dirksgroßhop. Herzlich willkommen bei den DRV News. Wilde Wochen haben wir hinter uns. Gerade letzte Woche habt ihr auch keine News gehabt, weil eine Veranstaltung nach der anderen kam, wo ich auch dabei war und wo wir uns schön eingerufen konnten auf die anstehende Cannabis-Normal-Konferenz, an der wir gerade noch wie wild im Endspurt schrauben und irgendwie Leute zusammenbringen und Vorbesprechungen machen und letzte organisatorische Sachen und letzten Referenten nochmal irgendwie beisammen. Und das zum Beispiel eben nach den Cannabis-Kompetenztagen letzte Woche von Dirksgroßhop, wo wir schon mal die Speerspitze der CSC-Gründer gesehen haben sozusagen und auch zusammengetroffen sind mit den entsprechenden Fachleuten, die auch da vorgetragen haben. Viele ähnliche auch dabei oder die gleichen dabei wie bei unserer Cannabis-Normal-Konferenz. Jedenfalls was diese CSC-Spezialrechtsanwälte zum Beispiel angeht und auch einige der Grower, die da vor Ort euch was über Growing erzählen, waren schon da dabei. Aber eben nur aus Sicht der Experten sozusagen. Und dann natürlich die Mary Jane selbst, wo ein riesiger Massenandrang war, wo eben dann nochmal der Kontakt zur Community sehr intensiv war, wo wir die Möglichkeit hatten, mit sehr, sehr vielen Leuten ins Gespräch zu kommen. Bei mir meistens relativ kurz, aber immerhin viele Gespräche gehabt. Mary Jane könnte jetzt noch alles Mögliche erzählen. Ja, da gab es auch irgendwie zu starken Besucherandrang. Ich habe selber ewig vor der Tür gestanden, als da immer die Türen geschlossen waren und auch innen drin ein bisschen Probleme oder, ja, wie man das ein bisschen oder viel, wie auch immer mit synthetischen Substanzen, die da irgendwie wild verteilt worden sind sozusagen, wo keiner irgendwie so richtig mit happy war. Aber egal, auf jeden Fall, für uns war es auf jeden Fall eine erfolgreiche Messe in dem Sinne, dass wir die Möglichkeit hatten, mit vielen Leuten in Kontakt zu kommen. Und Dienstag, Donnerstagabend, voll durcheinander schon, Donnerstagabend war ich letzte Woche noch auf einem Infoabend der Grünen im Abgeordnetenhaus hier in Berlin, wo wir eben mit der Politik uns nochmal unterhalten haben und was zeigt, was wir vorhaben auf der Cannabis-Normal-Konferenz, nämlich Experten zusammenbringen, Wissenschaft, Aktivismus und Politik und in dem Fall auch CSCs, muss man sagen und dazu erzähle ich später nochmal mehr. Auf jeden Fall sind wir mittendrin in der Schaffenskraft, ja, und mittlerweile auch irgendwie haben wir richtig Bock drauf, dass das losgeht da mit der Cannabis-Normal-Konferenz. Das wird eine sehr spannende Angelegenheit und alle, die irgendwie sich für Cannabis-Politik interessieren, sollten sich das mal angucken, das Programm, und überlegen, ob sie nicht noch kurzfristig da sich ein Ticket besorgen wollen. Ein paar kurze Infos habe ich jetzt erstmal. Bundesrat-Verschärfung für CSCs endgültig beschlossen. Das ist nur die kurze Nachricht, dass das, was ich hier in den letzten Wochen häufiger erzählt habe und auch viel intensiver und genauer berichtet habe, worum es da geht, nämlich bestimmte Verschärfungen für die Anbauvereine, die jetzt nochmal kurzfristig vor dem 1.7. beschlossen werden sollten. Und das hat auch geklappt. Das ist jetzt im Bundesrat letztendlich beschlossen worden und wird eben jetzt nach Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt in Kraft treten. Die Veröffentlichung habe ich noch nicht gesehen, aber das wird sicherlich rechtzeitig vor dem 1.7. passieren. Das heißt, dass jetzt zumindest die Anbauvereine nicht mehr gebündelte Dienstleistungen in Anspruch nehmen können. Jedenfalls ist das der Sinn des Gesetzes. Und dass die Länder entscheiden können oder die zuständigen Behörden, ob und wie viele gleichzeitig Clubs an einem Standort residieren dürfen. Also kann auch sein, am Bundesland dann sagt er, bitte nur einzeln und keine Clusterbildung. Was nicht durchgekommen ist, beziehungsweise jetzt nochmal klargestellt worden ist, die Vereine dürfen aber Leute anstellen, die in unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen im Club arbeiten, also zum Beispiel Hausmeisterservice und Mitgliederwesen in einer Person erledigen sozusagen. Alles andere oder genauere Infos dazu, könnt ihr doch mal nachlesen, ist in der Videobeschreibung. Ich will mich jetzt hier auch nicht ewig wiederholen. Können auch einfach alte Folgen angucken und euch nochmal mit den Sprungmarken behelfen und da nochmal genauere Erklärungen euch holen. CDU-Gümbel-Cannabis-Gesetz abschaffen. Auch nichts Neues eigentlich. Ja, muss ich aber jetzt hier nochmal kurz erwähnen, weil Leute immer fragen, ja, erwähnen das doch mal. Ihr sagt ja gar nichts dazu und so weiter. Dabei gab es sogar schon mal hier so einen Short-Video-Auszug aus den News, gar nicht so lange her, im Februar oder so, wo ich genau darauf eingegangen bin. Und ja, klar ist, dass die CDU immer sagt, sie will dies dagegen gegen das Gesetz, weil sie ja die ganze Zeit und das auch wieder abschaffen wollen, wenn sie drankommen nach der Wahl. Aber wir sehen das einigermaßen entspannt hier, weil die dafür einen Koalitionspartner brauchen. Ja, also die CDU alleine wird keine absolute Mehrheit kriegen. Die werden nicht mit der AfD in die Koalition gehen, die auch gegen Legalisierung ist. Und dann bleiben nur noch Ampelfraktionen übrig, Ampelparteien, vielleicht noch ein BSW und Linke, die auch eher für Legalisierung sind als dagegen. Aber eben insbesondere eine der Ampelparteien oder zwei werden sie brauchen. Und da gehen wir doch davon aus, dass die nicht bereit sind, ihr eigenes Gesetz komplett wieder abzuwickeln. Also tatsächlich abschaffen war die Rede davon, hier bei dieser letzten Nachricht dazu. Da gab es ein Interview mit dem Generalsekretär der CDU, Carsten Linnemann, im Podcast von Table Briefings oder Table Media. Wir möchten das Cannabis-Gesetz möglichst in der ersten Kabinettssitzung auf die Tagesordnung bringen und wieder abschaffen. Als wenn das in einer in der ersten Kabinettssitzung mal eben so gehen würde. Das Abschaffen ist ja ähnlich kompliziert, wie eben das Aufstellen sozusagen. Da müssen wir ja jede Menge verschiedene Gesetze wieder zurückdrehen. Naja, aber wie gesagt, das wird unserer Meinung nach nicht passieren. Außer die CDU kriegt eine absolute Mehrheit. Dann muss man damit rechnen. Ja, insofern, die haben jetzt nochmal gesagt, warum man sie auf gar keinen Fall wählen sollte, die Union. Und bezeichnen, finde ich auch, wie wichtig denen das ist. Da wurde der Ampel immer vorgeworfen, da gibt es keine richtigen Probleme in Deutschland. Ja, müsst ihr euch jetzt mit diesem Cannabis-Quatsch-Thema irgendwie befassen. Und jetzt machen sie das eben selber und finden, dass das Allerwichtigste ist, das Allererste, was die CDU machen will, wenn sie wieder an die Macht kommt, dass sie wieder anfängt, irgendwie die Konsumenten zu kriminalisieren, wieder massenhaft Strafverfahren gegen harmlose Konsumenten da zu eröffnen und die Hartz zu bestrafen und so weiter. Wie das eben früher nochmal gewesen ist, ja, vor gar nicht allzu langer Zeit, da wollen die wieder hin. Ja, maximale Repression. Also da weiß man, ob man von denen zu erhalten hat und man sie nicht wählen darf. Aber ansonsten, toi, 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 dass sie keine absolute Mehrheit kriegen, dann ist das auch jetzt kein Riesenproblem. Kleinere Einschränkungen, aber vielleicht schon. Ja, da muss man auch sagen, also komplettes Abschaffen halte ich für ziemlich unrealistisch. Aber dass es vereinzelte Verschärfungen geben könnte, besonders zum Beispiel mit der SPD, wo ja auch die Hardliner die ganze Zeit schon am Trommeln sind, irgendwie, dass das alles viel zu lasch ist, ja, und dass das alles viel restriktiver haben wollen. Da könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass bestimmte Verschärfungen doch nochmal diskutiert werden, dass die CDU die da durchsetzen könnte. So ähnlich wie in Holland ja auch immer ein Hin und Her gab mit den Coffeeshops, ja, die wurden nie komplett wieder abgeschafft, egal welche Regierung dran war. Aber es gab Restriktionen mit dem Einwohnerkriterium und die Zahl der Coffeeshops insgesamt wurde verringert und so weiter. In diesem Sinne könnte natürlich hier dann auch nach der Wahl mit einer CDU-Regierung erstmal so ein bisschen Bremse eintreten und vielleicht Verschärfungen und so. Das kann man zumindest nicht ganz ausschließen. Zumal die Ampel ja selber jetzt, wie gerade eben gesagt, eine Verschärfung für die Anbaugruppe zum Beispiel schon beschlossen hat. Da ist also nicht in jedem Detail sozusagen Entwarnung gegeben. Aber jetzt zu unserem Thema, nämlich Anbauvereine ab 1. Juli in Betrieb. Das ist das Thema im Moment in der Cannabis-Politik in Deutschland. Je mehr das auf den 1.7. zurollt, die Medien fragen regelmäßig an, ja, zum 1.7. werden die Anbauvereine ihren Betrieb aufnehmen und dazu hätte ich gerne folgende Fragen. Und das Erste, was wir mal antworten, ja, nee, das ist nicht so. Und die Konsumenten wiederum, fragen uns immer mehr oder geben halt Feedback. Ich weiß nicht so ganz jetzt, in welchem Anbauverein ich mich anmelden soll. Die haben also schon Bock, sich da anzumelden. Die denken auch, das geht jetzt jeden Moment los sozusagen, im Juli eben. Und dann gibt es das Erste Gras vielleicht schon im Juli und sie wollen da jetzt irgendwie, sie wollen da jetzt Schlange stehen bei irgendeinem Verein, ja, damit sie da noch reinkommen, aber eben auch nicht so ganz wissen, was sie da machen sollen, weil auch umstrittene Konzepte unterwegs sind und viele Diskussionen, wie es jetzt richtig ist, irgendwie nicht. Ja, und wir mittendrin mit der Cannabis-Normalkonferenz, die den Schwerpunkt eben auch bei den Anbauvereinen legt, wo wir das Ganze rauf und runter diskutieren werden, ein bisschen eben zu technischen Details, zu rechtlichen Fragen, was geht, was nicht geht, wie eine vernünftige Satzung aussieht zum Beispiel, wie man das Ganze unternehmerisch anpackt, in dem Sinne, dass man ja auch ein effizientes Projekt auf die Beine stellen will, damit am Ende die Preise stimmen und so weiter. Also, diverseste Fragen rauf und runter werden wir besprechen. Die Gefahr der Kommerzialisierung zum Beispiel, da werden auch viele dabei sein als Speaker, die schon vor der Ampelkoalition einen CSC betrieben haben, um Werbung zu machen, einfach für die Idee, gemeinsamer Cannabis-Anbau, also eher politische Initiativen als jetzt wirklich praktische sozusagen, und wie die das Ganze sehen, welche Gefahren die sehen, welche Probleme die sehen, eben jetzt da in der Umwandlung sozusagen zu so einem echten Anbauprojekt. Und warum die Konsumenten überhaupt die Frage stellen, dass sie sagen, ja, ich weiß nicht, bei welchem Anbauverein ich mich anmelden soll, das hat auch den Hintergrund, dass es mehrere Ketten gibt, bundesweit, die für jede halbwegs größere Stadt einen Treffer ausgeben. Wenn man an CSC sowieso googelt, dann findet man bestimmte Ketten, wo man sich schon mal anmelden kann für einen Anbauverein. Mit fragwürdigen Hintergründen zum Teil. Also ich habe da jetzt beim Recherchieren jetzt so mal mindestens vier verschiedene gefunden, wo man sich eintragen kann. Fünf, fünf verschiedene, die teilweise einfach nur irgendwie die Adressen generieren, wo man sich einfach nur als Interessent anmelden kann. Und der ganze Rest ist mehr oder weniger Blackbox. Da wird nichts großartig verraten über dieses Konzept, was die eigentlich fahren, über zum Beispiel eine Vereinssatzung oder eine Finanzierungsidee oder so. Man kann sich einfach anmelden da. Das ist natürlich fragwürdig. Dann sind Projekte dabei, die offensichtlich recht kommerziell aufgestellt sind, die rund um irgendwelche Shopketten sich versammeln, die mehr in so eine Art Franchise-System gehen, wo zumindest die alle den gleichen Namen haben und dann relativ unklar ist, wie autark oder nicht sind denn überhaupt jetzt diese einzelnen Vereine oder sind die irgendwie Teil vom Großkonzern und wie genehmigungsfähig ist das Ganze überhaupt, bis hin zu Mariana-CSCs, die hier in News auch schon mal ein Thema waren, die noch mal ein ganz anderes Konzept fahren, weil sie ein bundesweiter Verein sind und eben keine Firma erst mal und in der Funktion jede Menge Diskussionen ausgelöst haben. Und damit habe ich mich insbesondere auch viel beschäftigt, gerade noch während der Mary Jane lange Gespräche auch mit den Leuten selbst geführt und dann mit dem Chef von Mariana auch vereinbart, dass er auf der Kanoko Rede und Antwort steht, alles Kritische mal sich anhört und seine Antworten dazu gibt. Und ich kann zumindest soweit bescheinigen, dass Mariana große Fortschritte gemacht hat an vielen Stellen, was die Transparenz angeht. Weil da gab es mehrere verschiedene Probleme. Einmal, ja, eben die Transparenz, dass kein Mensch so richtig wusste, worum geht es da überhaupt, was ist das überhaupt für ein Ding? Es hat allein schon die Frage, dass es ein Verein ist, ja, das war lange gar nicht so richtig klar. Also da fehlen jede Menge Informationen, wo wirklich Schritt für Schritt jetzt diverseste Antworten kommen auf der Seite. Aber nicht alle. Ja, ich habe immer noch jede Menge offene Fragen und auch ganz grundsätzliche Fragen. Dann der Umgang mit den Mitgliedern zum Teil und mit anderen Vereinen, der da für viel Aufregung gesorgt hat, dass sie eben zum Beispiel Mitgliederrechnungen verschickt haben und auch kein Widerspruchsrecht oder kein Kündigungsrecht den Leuten gegeben haben, sozusagen, kulanterweise, sozusagen, wenn einer jetzt ein paar Tage nach dem Beitritt wieder kündigt, das war so mein erster Kontakt damit, dass sie dann gesagt haben, geht nicht, kein Widerspruchsrecht, du musst jetzt erstmal eine angemeldung und drei Monatsraten bezahlen, vorher kommst du ja nicht raus. Das war natürlich der Aufreger ohne Gleichen. Und dann eben dieses ganze Konzept, inwieweit ist das überhaupt genehmigungsfähig, wenn man da so ein bundesweites Konstrukt irgendwie hat, wo doch jeder CSC eigentlich eigenständig sein soll. Also jede Menge Fragen auf der einen Seite, viele Leute, die sich ärgern über Mariana und auf der anderen Seite aber tatsächlich auch viele Aktivisten, die innerhalb der Mariana des Verbundes da aktiv sind oder werden wollen. Ich habe jetzt auch einige gesprochen, die selber drauf und dran sind, eben vor Ort so einen Mariana CSC zu leiten und auf die Beine zu stellen. und das ist insofern der einzige Ansatz, der eben so vereinsmäßig auf Bundesebene auch dasteht und mittlerweile doch relativ viele Details angibt. Und vor allen Dingen der Riesengroße ist mittlerweile, nach eigener Einschätzung, eigener Aussage, hat Mariana 18.000 Mitglieder und 16 Mitarbeiter ist, glaube ich, letzte Angabe auf der Homepage, was natürlich schon ganz schön gewaltig ist auf der einen Seite, alles Mitgliederbeitragsfinanziert. Und was auch wieder Fragen aufwirft, ja, so Riesenaufregung auf der einen Seite Mariana-Fans und Aktivisten da vor Ort, innerhalb von Mariana und auf der anderen Seite eben die, die da wieder austreten und die da irgendwie das Gefühl haben, die rennen mir mit dem Anwalt mit dem Geld hinterher oder die eben sagen, das kann ich verschirrt, das ganze Konzept gar nicht, ich wusste gar nicht, wo ich mich da angemeldet habe. Also echter Aufreger nochmal auf der Cannabis-Normal-Konferenz und auch Respekt an Nils, von Mariana, dass er sich da im Prinzip der Kritik stellt, haben wir so auch noch nicht gehabt. Also Mariana grillen sozusagen am Sonntag, die einzige Session am Sonntag, die noch inhaltlichen Charakter hat, dass er sich dem stellt, der ganzen Kritik und auch selbstbewusst sagt, ich habe die Antworten für euch und wir sind da sehr gespannt irgendwie, ob das dann überzeugt oder nicht. Wir haben auch Vertreter der anderen CSC-Dachverbände dabei, die eben eher normal arbeiten, ja, wie ich das vom Dachverband eher so denken würde, nämlich den CSC-Dachverband und CAD, Cannabis-Anbau-Vereinigung Deutschlands, die eben Mitglieder haben, die jeweils einzeln autark irgendwie CSCs sind, ohne jetzt irgendeine Integration in den Verband. Auch die werden da sein und die werden auch am Speaker im Programm haben, in den CSC-Sessions. Und vor allen Dingen werden wir eben auch die Leute dabei haben, zum ersten Mal auf einer Konferenz, die bei den einzelnen Behörden zuständig sind für die Anbauvereine. So eine Art Erstkontakt, der jetzt da entsteht. In manchen Bundesländern, habe ich jetzt auch gehört, gibt es auch da schon vor Ort Gespräche mit diesen Leuten, während andere Bundesländer noch gar keine Behörde benannt haben. Da habe ich jetzt auch gehagelt, die letzten zwei, ein, zwei Wochen, dass eben immer wieder eine Nachricht kam, Bundesland XY hat jetzt endlich irgendwie Bescheid gesagt, unsere Behörde ist die und die. Zum Beispiel in Niedersachsen Landwirtschaft ist jetzt da entschieden worden. Während Berlin zum Beispiel noch gar nichts hat. Berlin, ja, die überlegen noch, die sagen noch, oh, das kommt jetzt alles so plötzlich irgendwie, haben wir ja immer schon gesagt, dass alles viel zu schnell kommt und wir sind jetzt noch nicht so weit, wir haben keinen Plan. Was natürlich pikant ist, weil ab 1. Juli diese ganzen Regelungen in Kraft treten und dann die Vereine das Recht haben, den Antrag zu stellen auf Betriebsgenehmigung und dann eben die Behörden drei Monate Zeit haben, darüber zu entscheiden. Dass, wir können natürlich trotzdem Antrag stellen ans Land, da muss das Land den Antrag eben so entgegennehmen, Berlin jetzt zum Beispiel, hat dann noch drei Monate Zeit, also bis zum Ende der drei Monate sollte dann irgendein Mitarbeiter da sein, der irgendwie eine vernünftig begründete Entscheidung fällt. Dann hat er aber auch noch andere Probleme, dass da eben bestimmte Voraussetzungen noch gar nicht klar sind. Also zum Beispiel, wie die Ausbildung der Präventionsbeauftragten der Clubs aussehen soll, welchen Lerninhalt die haben sollen, wer überhaupt ein Zertifikat dafür ausstellen darf. Es ist nicht klar, ob es noch irgendwelche Vorgaben vom Bundeslandwirtschaftsministerium gibt, was die Qualität angeht, Pestizid-Obergrenze, Stichwort, und was eventuell die einzelnen Bundesländer selbst noch für Vorgaben machen, im Sinne von gewissen Leitplanken, bestimmten Detailvoraussetzungen, die sie selber noch ansetzen für die Anbauvereine. Bis hin zu der Frage, ob sie damit einverstanden sind, wenn mehrere Anbauvereine an einer und derselben Adresse Residieren, habe ich ja eben erzählt, im Bundesrat gerade durchgegangen und wie dann sich die einzelnen Bundesländer jetzt aufstellen, ist noch nicht ganz klar, was für viele Vereine sicherlich die Standortsuche nicht gerade erleichtert. Und all das werden wir jetzt zum ersten Mal eben auch auf der Konferenz besprechen mit den Leuten aus diesen Behörden. Wir haben überall da, wo die jetzt bestimmt worden sind, auch nochmal sofort gemeldet, gesagt, hier, wir laden euch ein, kommt vorbei zur Konferenz und aus mehreren Bundesländern kommen jetzt diese Leute auch nicht als Referenten, die werden da jetzt nicht irgendwie vortragen, ja, wie der perfekte Antrag aussieht, weil die selber ja erst anfangen, ja, den Beruf gibt es ja bis jetzt nicht, also Anbauvereinskontrolleur, jedenfalls nicht für Cannabis und die müssen selber erst mal sich reindenken, wie ist das Gesetz überhaupt, selber sich überlegen, was meint das Gesetz eigentlich und eben auch mal die Community kennenlernen, was sind das überhaupt für Leute, mit denen ich jetzt zu tun habe und welche verschiedenen Konzepte gibt es da. Also das, allein der Punkt, ja, freue ich mich, dass uns das gelungen ist, die dann da zu haben und diese Diskussion vor Ort möglich zu machen. Ein Aspekt ist noch ganz interessant, Schleswig-Holstein hat jetzt als erstes Bundesland ein Musterantragsformular rausgebracht, ja, wo schon klar ist, was für Häkchen man da setzen muss im Hauptdokument, um da eben den Antrag zu stellen, da muss man sicherlich noch jede Menge weiteres Papier dazu liefern, ja, aber auf jeden Fall sieht man da jetzt doch deutlichen Fortschritt an allen möglichen Fronten, dass es da jetzt bevorsteht. Wenn ich sage, die Medien fragen oder anbetrieb der Anbauvereine ab 1. Juli und ich sage, das stimmt nicht, das dauert noch ewig, dann nochmal zur Perspektive, die Vereine dürfen den Antrag am 1. 7. stellen, die Behörden haben dann bis zu drei Monate Zeit darüber zu entscheiden und dann können ja überhaupt die Vereine erst anfangen anzubauen, vorher dürfen sie kein Cannabis anbauen, erst mit dieser Betriebsgenehmigung und dann sagen mir die Experten, vier Monate, da muss man ab dem Zeitpunkt schon noch rechnen, bis wirklich vernünftig getrocknetes, konsumfertiges Gras verteilt werden kann. Das heißt, wir sind dann eben mit der ersten Ernte Richtung November, Dezember unterwegs und andere sagen auch, bei uns würde es erst, die auch relativ früh dran sind, also vor Januar ist da nichts zu erwarten. Das ist der eine Punkt, so ein bisschen prognosemäßig, ja, immer ein bisschen zu sagen, das wird jetzt nicht flächendeckend sofort irgendwie jetzt im Sommer noch großartig Gras geben. Und zweitens auch die Frage, ja, flächendeckend, wie viele wird es denn überhaupt geben, die jetzt einen Antrag stellen, auch da bekommt man jetzt langsam so ein Gefühl dafür. Ich glaube, dass sehr wenige sein werden, die zum 1. 7. tatsächlich einen Antrag auf den Tisch legen bei den Behörden, die alles fertig haben, die ihr Präventionskonzept haben, die ihr Anbaukonzept haben, die ganzen Details, die da angegeben werden sollen, schon eine Vorstellung davon haben, wie die Behörden reagieren könnten und so weiter. Viele werden erst mal sich das angucken jetzt, auch erst mal reden wollen mit den Leuten vor Ort, mit den Beamten und gucken, ob sie wirklich alles haben, bevor sie dann abgeben. Das wird dann natürlich bis Ende Juli sicherlich mehr werden als eine Handvoll. Am 1. Juli selbst eher die Handvoll sozusagen und nicht jetzt irgendwie 50 und nach und nach wird die Zahl dann steigen. Aber ich glaube, dass erst mal jetzt das Vorreiter geben wird, die gut beraten sind von entsprechenden Anwälten und Experten und Anbauexperten und da vernünftige Konzepte quasi gemeinsam professionell zusammengestrickt haben und die dann kopiert werden und geschaut wird, was geht, was geht nicht, was wird da akzeptiert und was nicht. Dass da so ein optimales Beispiel dann rausentwickelt und dann zunehmend sich vervielfältigt und dann seinen Lauf nimmt. Ich erinnere noch mal dran, in Malta hat es zwei Jahre gedauert nach der Verabschiedung des entsprechenden Gesetzes, bis der erste Verein überhaupt den Betrieb aufgenommen hat. Diesmal haben wir jetzt hier im Gesetz schon sehr viele Details geregelt, die es nachher in einer speziellen Kommission noch sich überlegt haben. Insofern glaube ich, dass bei uns sehr viel schneller geht. Und außerdem ist halt auch die Bereitschaft der Leute sehr viel größer, auch mit wirtschaftlicher Unterstützung durch bestimmte Beratungen und Anbauexperten und so weiter, dass das dort deutlich schneller gehen wird. Aber eben auch jetzt nicht keine Riesenmassenbewegung im Juli zu erwarten ist. So, also Cannabis-Konferenz, ja, das wird spannend. Da könnt ihr euch selber eben noch mal einen Blick dazu machen. Egal, ob ihr als Konsumenten euch interessiert da, was für ein Club für euch interessant ist oder ob ihr selber euch dafür interessiert, aktiv zu werden in so einem Club, selber an der Gründung irgendwie beteiligt zu sein oder in dem Umfeld irgendwie zu tun habt, wirtschaftlich oder ob ihr in irgendeiner Behörde sitzt, eben in dieser zuständigen Behörde für die Anbauvereine oder auch sonst in den Ministerien irgendwie was mit Cannabis zu tun habt, seid ihr auch auf der Cannabis-Normal sehr willkommen. Da versuchten wir eben auch Leute ins Gespräch zu bringen. Und da habe ich jetzt irgendjemanden vergessen. Wir bringen Wissenschaft, Politik und Community zusammen, Aktivisten. Der Preis wird auch wieder verliehen, Hanfadler, für diese drei Kategorien. Am Samstagabend keine feierliche Zeremonie. Und natürlich genau, alles sind eingeladen, die mit uns diese Entkriminalisierung, ich würde es gar nicht Teillegalisierung nennen, mal feiern wollen, weil das dürfen wir immerhin jetzt legal feiern. Freitag ist nicht so lang, Samstag ein bisschen länger. Auch wer nur deswegen kommt, ist herzlich willkommen. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein zum Thema Anbauvereine. Nächstes Mal kann ich dann was mehr erzählen, beziehungsweise nächste Woche gibt es nochmal eine kleine abgespeckte News-Folge, da werden wir sie nicht ausfallen lassen, aber nächste Woche geht ja die Konferenz an Freitags los, sodass wir hier jetzt dann auch nicht mehr so furchtbar viel Zeit haben, große News zu produzieren. Ortsgruppenfunk haben wir noch ein bisschen, ein Teambild von der Mary Jane erstmal und schönen Dank nochmal an alle, die da mitgeholfen haben. Das waren in erster Linie Leute aus den Ortsgruppen, die uns da unterstützt haben, dass gerade bei der Mary Jane, bei so vielen Leuten, die da sind, brauchen wir auch viel Standbesetzung und das hat wieder gut funktioniert, habt ihr uns wieder durchgebracht, da sozusagen das Ganze zu bewältigen und ja, wunderbar, habt ihr das Team gesehen, ja, schön, schön und der nächste Punkt ist ein kurzer Bericht, dass unser Chef der Ortsgruppe in Düsseldorf, Chris Demmer, im Digitalisierungsausschuss der Landeshauptstadt Düsseldorf als sachkundiger Bürger dabei war, in dem Fall als für die Linken, sagt er, ist er sachkundiger Bürger, also das ist manchmal auch gar nicht so richtig zu trennen, ja, der Vorortsgruppe und Politiker für diverseste Parteien, wie auch immer, dann aber eben auch da in diesen beiden Funktionen über Cannabis-Politik mitberaten und in dem Fall über die Frage oder einen Antrag, dass die Stadt einen eigenen Map rausgeben soll mit diesen 100-Meter- Abständen, in denen man halt konsumieren darf oder nicht konsumieren darf, jedenfalls laut Antrag und er dann, Chris Demmer, darauf verwiesen hat, dass er dagegen ist, weil das eben diese Sicht dieser 100-Meter-Abstand-Regeln zementiert, obwohl ja eigentlich die Sichtweite der entscheidende Punkt im Gesetz ist und da kann ich nur beipflichten, ja, erster Punkt ist Sichtweite, ich darf in Sichtweite von Schulen, Kitas, bla 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 nicht konsumieren, wenn Busch dazwischen ist oder ein Containerwagen oder das um die Ecke ist irgendwie, man sieht den nicht, die Schule, die Kita oder von da aus den Konsumenten, dann hat er da mit 100 Meter keine Relevanz. Das ist wirklich nur der Auffangtatbestand, dass nicht bei Sichtachsen über 100 Meter ein bisschen nach Puzzemuckel irgendwie da der Konsum verboten ist, also höchstens 100 Meter und da hat natürlich vollkommen recht, insofern nervt das auch ein bisschen mit den ganzen Bubertskarten. Auf der anderen Seite ist es eben aber auch ein wichtiger Anhaltspunkt, wo auf jeden Fall konsumiert werden darf, wenn man eben keine solche Einrichtungen in der Nähe hat. Aber der Gedanke ist schon richtig zu sagen, Leute, das erste Kriterium ist eben die Sichtweite und nicht die 100 Meter. Das zu Chris Demmer, das Video zeigen wir euch jetzt nicht, weil das ein bisschen öde, glaube ich, wäre jetzt hier irgendwie, da ist jetzt nicht so ein 10 Sekunden sozusagen rauszuziehen, der da irgendwie Sinn macht. Insofern erzähle ich das einfach so und komme zu den Terminen in Darmstadt. Läuft das jetzt gerade 21.06.19 Uhr, dann haben wir morgen 22. in Mannheim einen Infostand der Ortsgruppe und auch am 22. in Darmstadt Infostand, in Dortmund am 22. offener Handstisch der Ortsgruppe, dann in Berlin 23. und 23. die Führung der Große Rausch und am 23. die Lesung mit Helena Barob. Also jeweils im Kulturhistorischen Museum, glaube ich, heißt das Geschichte zwischen Ritual, Medizin und Religion. Einmal Führung, einmal Lesung, 22. und 23. 6. In Halle haben wir die Kundgebung Hanf, das Cannabis-Gesetz mit Verschenkaktionen von Vermehrungsmaterial. Da gab es auch schon dolle Behördenkontakte im Vorfeld, habe ich mitbekommen. Da bin ich gespannt, ob der ganze Ortsgruppe jetzt verhaftet wird oder was, weil die ja da in Sachsen sind. Mal sehen. Dann haben wir in Berlin die Cannabis-Normalkonferenz, 28. bis 30. 6., also Last-Minute-mäßig nochmal überlegen, was ihr da alles verpasst, wenn ihr da nicht dabei seid. Übrigens werden wir natürlich auch wieder ein paar Videomitschnitte hier veröffentlichen im Kanal. Ja, also man wird auch sicherlich vieles nachher nochmal sehen können, aber dabei sein ist was anderes. Das muss man doch auch immer wieder sagen, kann ich auch jetzt nochmal sagen, nach den ganzen Terminen letzte Woche, dabei sein ist was anderes. Dann Heidelberg, Teamsitzung der Ortsgruppe am 1.7. in Dortmund, Treffen der Ortsgruppe am 2.7. und in Berlin jetzt nochmal ein Dollar-Termin, Brain Talk, Queere, Neurodiversität und medizinisches Cannabis. Wen das jetzt irgendwie triggert, möge sich das angucken in unserer Terminliste. Das war es für heute. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, liked das Video, habt noch einen schönen Tag und einen Gruß am Abend. Das war es für heute. Bis zum nächsten Mal, Untertitelung des ZDF, 2020